Hi, ich bin Tracy Anderson. Herzlich willkommen zu meinem Mini-Trampolin-Workout. Für viele von euch ist auf dem Boden zu springen oder Dance-Cardio zu absolvieren nicht genau das Richtige. Deswegen möchte ich hiermit einen anderen Weg zeigen, Cardio-Übungen zu machen und dennoch von der Tracy Anderson-Methode zu profitieren. Wir werden heute zusammen Arme, Beine und Bauch trainieren und zusätzlich ein Mini-Trampolin-Workout machen. So absolvierst du deine kardiovaskulären Übungen und dir werden die vielen Vorteile des Mini-Trampolins direkt zugutekommen. So wie dein Lymphsystem durch sportliche Aktivität zu entgiften, zu schwitzen, deinen Körper richtig zu spüren, die Pulsfrequenz zu erhöhen und das alles auf eine gelenkfreundliche Art und Weise. Es bietet so viele Vorteile und ich freue mich darauf, dir dieses tolle Programm zeigen zu dürfen. Und ich weiß, du wirst von den Ergebnissen begeistert sein.